Hallo und ganz herzlich willkommen zu dem zweiten Adventskalendertürchen. Ich mache heute die zweite Türe des Adventskalenders auf. Ich mache das dann mal wieder weg. Und die zwei war ja hier oben. Hier. Und die machen wir jetzt gemeinsam auf. So, jetzt nehmen wir es auf. Und da ist... So, ich habe jetzt noch eine Schere geholt. Können wir beides mal auspacken. Also das ist von der 1 und von der 2. Weg. Und weg. Und das kann ich so auspacken. Also hier ist so ein Rotor, denke ich, drin. Also nicht fokussieren. Das legen wir mal beiseite. Und bei der 1... Woah. Also, die ist so weit unten gefahren. Okay. Bei der 1 ist dieses Antriebsteil drin. Was muss man denn bei beiden machen? Weil also die... Das muss man auseinanderwickeln. Super toll. Ah, ich glaube ich muss es da drauf stecken. So, das war's für Basteln mit heute. Ähm, ja. Das drehen wir mal wieder um. Sonst lege ich wieder alles. Also ihr habt es eh schon gesehen. Aber... Das ist heute gebastelt worden. Und... Das legen wir hier oben mal hin. Weil hier... Dann wissen wir immer, wo das liegt. Und dann gehen wir jetzt zum... Favourite Teil des Tages. Nämlich... Erstmal die Live-Subscribe-Konst. so das ist natürlich leider noch nicht mein aber mal gucken ob sich was getan hat und wir haben 122 neue subscriber dazu gekriegt dankeschön und diese ganzen kommentare sind wieder an meiner wand dankeschön wir gehen erst mal zu kärtner bäsch gut reicht er noch schon wieder ähm dann machen wir hier jetzt mal ein screenshot und öffnen dies nun so und dann drücken wir das erstmal aus ich habe jetzt ausgeschnitten und auch schon ausgeschnitten und wir werden die jetzt nun wieder gemeinsam an diese wand befestigen mal gucken wie viele kommentare am ende des monats ähm da wir sein werden timelapse ab so fertig aufgehängt und ja ja noch meine haare sind komisch weil ich vorhin noch duschen war ähm so ich habe dir jetzt hier wieder aufgehängt und wenn ihr das nächste mal auch wieder dabei an dieser wand hängen wollte bis zum 24 hängen ja die erste seite der kommentare hänge ich dann hier auf und mal gucken wie viele an weihnachten dann da sind dann sehen wir uns bei einem anderen video wieder bis dahin tschüss schön schön 0 hometown unten 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 Bis zum nächsten Mal.